Weiter geht es mit einem Stück von... Ich weiß nicht wie er jetzt heißt... Wiem ist das jetzt? Moose Ellison Moose Ellison! Kennt jemand Moose Ellison? Ein alter Pianospieler aus Mississippi, aber ein Weißer und hat viele Jazzstühle gemacht, außergewöhnliche Stimme gehabt, kann man sagen für einen der in Mississippi geboren ist er hat sehr europäisch geklungen, wie soll man sagen Ist ja jetzt egal Ich kann es ja jetzt nicht hier abspielen lassen Everybody's Crying Mercy Bitte seien Sie mit dabei Achso, noch ein Getränk Geht das, Volker? Nochmal vielen Dank an Volker Bredo hat uns hier ermöglicht, heute Abend zu spielen für Sie Machen wir mal an Mal ein bisschen rangehen Einmal ein Ja, das ist ja Ja, das ist ja Wie? 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ruhm und Ruhm und Suckers They don't know what they had it for Everybody's crying peace on earth Just as soon as we were born Ruhm und Suckers Ruhm und Suckers You don't have to go to Off-Broadway To see something plain absurd Everybody's crying mercy And they don't know the meaning of the word They don't know the meaning of the word And they don't know the meaning of the word They don't know the meaning of the word Musik Vielen Dank.